und damit haben sie liebe leute willkommen jetzt wieder zurück zu bioshock infinite im zweiten stream ja weiter geht's wenn man erst mal ja nicht weggekommen ja weil ich da doch nur eine halbe stunde noch hatte ja gut aber ich glaube ich schlimmeres so weiter genau schauen wir mal sind immer noch jede menge collectibles und alles immer dran richtig los ging es auch noch nicht nach ratio ja dann schauen wir mal dass eins der letzten drei probleme in ihrer offenen games nach wie vor platin werden hier genau alle wollen wir jetzt hier die nehmen wir halt noch mal überall hin so das ist nix da hinten waren noch kisten die nehmen wir da noch mal mit hier doch halt auch das sollte ja ziele ok passt so so ist es nix 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 denn es ist beziehungsweise aber klar du bist auch nicht So. Oh, zapft es! Ja, danke doch. Vielen lieben Dank dir. Und servus, Payback. Moin, Maddy. Schade. Wollte auf den Anzeiger werfen. Anzwischen her. Weißt du nicht, dass dich das zu dieser hinterhältigen Schlange, dem falschen Hirten macht? Und falsche Hirten haben in unserer Herde nichts zu suchen. Zeigt ihm, wie wir das hier machen, Jungs. Leckerschmecker. Okay. Äh, ein Tonkopf. Okay. 120 Leute, okay. Ja, nicht schlecht. So, passt. Was ist wie ein Stadtfisch? Wenn ihr das wieder absagen müsst, es regnet. So, das da. So. Hä? Äh. Nein. Umfragen, gehen wir noch YouTube und so. Boah, scheide. Aha, entschuldigt. Okay. Okay. Hä? Ja. Da ist er! Hm. Okay. Das schießt jetzt auch nicht. Wohl nicht. Also aus Sichtverhältnissen, ja gut, da hat er es. Na ja, online. Moin, Rio. Oh, ist doch hier voll leer. So. So. so naja weil von der bioshock collection habe ich ja immer noch die bioshock 2 ja noch jetzt kommt er da auch vorher kann ich das hier sonst nicht verlosen eine echte pistole ja 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 Was würde es da sein? Ah, ja, okay. Hoppala. Uni voll. Jawohl. Das ist immer das gleiche mit dem Payback. Ja, ja, wir werden später oder so. Jetzt wird es heiß. Was ist bloß los? Branne im Namen des Plattes! Oh, toll. Mein Filmskuss. Tja, man liebt nur einmal. Mein Lieb, zweimal. Nicht schlecht. Das war keine Kostenprobe. Alles klar, was? Ja, halt, rücke halt zwei. Werfen. Und halten. Bombe, mehr oder weniger. Mine. Was ist da okay? Boah, alter, okay. Nice. Ah. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Nicht schlecht. Nein, wir ziehen mal durch. Okay, was soll denn das? Okay, was soll denn das? Äh. Ah. Genau Was? Ich bringe vier Ausrüstungsgegenstände Ein Maschinengewehr-Upgrade und ein Pistolen-Upgrade 500 Silvereigels, drei Ausrüstungsgegenstände Aha Drei Ausrüstungsgegenstände Freigeschaltet So Alter Monument Island kannst Alle klar Ja, das haben wir gleich alles ein Ah, deswegen habe ich hier dann auch die Trophy Aber Was wir hier collectible Und da Und da Warum folgen sie uns? Warum folgen sie uns? Ah Die gehen im Bett Okay Nehmen wir einfach mal alles Können wir gleich immer noch gucken Das ist ein Schock Das ist ein Schock Ah, okay. Äh, ja. Genau das, was wir jetzt brauchen. Das. Und das. Ein bisschen mehr Salz. So, dann wäre es ja theoretisch praktisch hier dann die Trophy. Äh. Hm. Na, das wäre auch nicht so verkehrt, das mal. Nehmen wir es mal, das. So, haben wir hier Munitionsvorteil. Ne. Hopp. Ich glaube, wir fallen. 70% Chance. Ne. Das. Ja, richtig so, glaube ich, sofort. Ja, nehmen wir es mal das. Dann ja auch jetzt tendenziell, wenn man das ja jetzt drin hat, ja, hier würde es dann theoretisch das hier machen. Na. Na. Schon allein beim Einsammeln, weil die ersten Dinger werden automatisch angelegt. Ähm. Genau. Und dann wäre es jetzt auch die letzte Trophy, die ich ja dann hier offstream geholt hatte. Äh, nämlich, äh, die da. Aber leider machen, Leute. Deswegen schaue ich dir jetzt einfach mal so mit hin hier. Aber gut, das ist ja eh. Eine Autotrophy eigentlich. So. Ja, passt. Und ab jetzt geht das Spiel auch null mehr. Nichts null. Nada. Äh. Aktuell ausgerüstete Pistole, Panzerfahrt, Schrotflinte. Aha. Ja, das sind so ein paar Waffen. Oh ja, nehmen wir doch die. Upgrade möglich. Hm. Da auch. Okay. Ja, nehmen wir das nochmal. Jetzt kriegen wir da. Nur gelb, ne? Gut, dann machen wir hier nochmal blau. Was war denn das? Hm. Verblüffend, dass es funktioniert hat. Verblüffend, dass es ihn nicht getötet hat. Aber ein Magnetabwehrfeld um einen rum kann nützlich sein. Wenn es einen nicht getötet hat, natürlich. Alles rein hämmern. Die Orangee. Hm. Achso, ist voll. Blut entgegen. Und schlimmer noch ist die Beleidigung. Denn heute ist der Jahrestag unserer Trennung von dem Sodom unter uns. Aha. Der Haken muss magnetisch sein. Aha. Was? Ah. Äh, muss er das da sein? Okay. Oh, ne schlecktes Ding. Oh, ne schlecktes Ding. Oh, schwarze Hirte. Oh, bis jetzt gehen wir aber nicht geil. Wo denn, was denn? Ach da. Aha. Okay. Wo ist die gefloben? Okay. 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 Nichts mehr. Ja. Gut, dann auch was war da hinten. Alles Gute. Alles Gute. Ja. Glücks. Aha. Wo ist das Ding hier? Mal runter. Ah, okay. Okay. So, da irgendwo. So. So, jetzt sind voll. Mal. Mal spülen. Mal spülen. Mal spülen. Mal spülen. Zuh. Mal spülen. Kaffee. 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 Ja, der hat den Schlüssel. Wohl nicht. Hm. Zu. Zu. Na. Egal. Also, das muss ich mich noch gewöhnen. Ah. Ah. Gewalt ist keine Lösung. So sehe ich für Ihre Seite. Ja. Ja. Wir brauchen Ihre Hilfe. Sie sind hier. Seien Sie still. Rechts, links. Oh Gott. Okay. Okay. Mein Gott, ist das laut. Okay. 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 So. Ich muss hier auch hin. Mal. 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 Ich leg dich um. Na dann. Feuer reinigt. Mal. 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 Wir haben ein bisschen später aufpassen, ja. Scheiß Ding. So, einmal hier. Ah. Und das? 9 von 37. Wo muss ich? Da. Hm. Finde das nicht. Mal links. Okay. Was für Schuppen hier. Was für Schuppen hier. Was für Schuppen hier. Was für Schuppen hier. Headshot. Wo ist es? Ich bin mir zu Hause. Ja. Ja, rechts hoch. Äh. Voila. Alter, geht noch. Äh. Oh, ich hätte glaube ich mal ein Salz, wie gut es gibt es hin, ne? So. Was gibt es hier noch? Ja, da muss ich eh dann hoch. Hm. Es ist angerichtet. Oh, Gott. Okay. Okay. So, da durch. Ah. Und so führte uns der Prophet nach Dekin und wir zeigten dem Sodom unter uns, unser Herz. Anscheinend ja. Na Mutti und danke dir. Vielen Dank. Für die Blumen. So, da ist das Ding. Na ja. Ja, gute Schule noch. 2 Lönchen ansammeln. Na, ist vorbei. Moin, Bruder. So, 3, 2, 3. Nehmen wir das. Gott. Genau. Alles, das ist die Trudelauf von vorhin, oder wat? Wissen Sie ja fast, oder? Wissen Sie ja theoretisch, tendenziell, praktisch und so? Da wieder zurück, oder komme ich da nicht mehr zurück? Ohne, das soll nicht funktionieren, glaube ich. Hm. Ohne. 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 Wo ist der Button. Ehh. Dann haben wir die Reiletten, okay, Munition, so Zeug. Von Kleidung und Schutz! Und was hat er mit seiner Freiheit gemacht? Nun, geht nach Finkton, dort seht ihr es. Von allen Lebewesen wird nur der weiße Mann frei geboren und es ist unsere Last und Aufgabe, für den Rest der Schöpfung zu sorgen. Was ist denn da denn hier? Ja, willkommen zu Monster Hunter World, Robin. Oh Mann, ey. Geil. War bei uns auch ein paar Mal. Doch, ne, da geht's dann nachher weiter. Muss ich doch da hinten doch zurückgehen. Na ja, wird ein paar Mal wieder passiert, Robin. Nehmen wir doch die Truhe auf, weil die Infusion da hätte ich schon ganz gerne. Ah, guck mal, Kohle vergessen. Ach. Ach. Schw sacrient, Passport cho re-fen. Ra-faun die, Aldo. Das war, das ist so hinzuschliessig hier unten ab. Da! Oh ne, oh ne, oh ne! Oh! Au! Das wollte ich ja. So, bestimmt noch irgendwie irgendwo was. Passt. Das hatten wir schon. Ach, wobei war ja eh 80.000 Kohle, wo ich da drin losballer. So, warte mal, das war jetzt dann. Ne, da kam ich irgendwo raus, da. Ja. Genau. So, ja. Ähm, gesundheit. Jo. Nice. So, jetzt rück. Fuck. Oh. Ab in die Besenkammer. Ist da? Ah. Genau. Hahaha. Wenn ich das verbesen kann, muss ich automatisch an Boris Becker denken. Jedes Mal. Nein. Ist echt schlimm. Aber ein Waffenrat gibt es hier erstmal nicht, ne? Nur das. Das. Nein. Mannschaft. Mal. Bli. Bli. Wir haben wahnsinn. Bli. Wir werden. Wir haben. Das ist ja toll. Wir haben uns erst. Da, da, da. Da, wieder hier. Böp. So. Geil. War im Arschewall. Ah. Da hinten ist das. Da. Ah, okay. Irgendwie ein grüner Garten. Oder so weit. Ja genau, den gaben. Und jetzt die dazu, da. Sie brüchst uns. Mach dir mein Ende, Läder. Ah. Was ist das? Irgendeine neue Kraft? Teuflisches zeigt das. Du lest, das krein. Ah, Beteuerung verletzen. Nesstfalle. Okay. Nesstfalle. 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 Oder ein einäugiger Franzose. Nesstfalle. Warte. Mon og uykann er op Brock, wer hot date. Ich machen sein. Ah, Alter. Nesstfalle. Nesstfalle. Ah. Bisher ist es echt nicht schlecht. Ah, was war das da? Ja, Tourist 10 passt. Schienensystem. Ah. Mehr Schaden. Warte mal, ich halte es hier. Ja. Machen wir erstmal das. Okay, dann zieht dies vom Boyz nochmal, dass wir das da... Okay. Machine and man. Man. Oh man. Alles klar. Hier weiß ich mal. Er hat die Mörze und sonst... Also sonst. Okay. Moin, Bärchen. Mei. Ne. 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 Die Waffen nieder. Holt ihn da raus. Geht da rein. Ach, keine Kugeln. Geht da raus. Geht gebohr. Schneide die Waffen nieder. Wie verletzt du? Ich stelle dir aus dem Tier. Ja, ich muss mich nicht lieben. Geht in ihn auf. Wow. Der killt sie ja dann selber. Will ich? Warte. Warte. Da hier so. Ah. So. Ja. Denne ist ja so. Hier gibt es meine Postkartengröße. Ich brauche mir Silber-Eagles. Die Schnauze. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. ... Wut? Ne, da. Bärchen. Ah ja. Aber haben wir die nicht schon gehabt? Ne. Hm. War ich nicht. Na ja. Das kannst du ja machen. Ah. Ja, okay. Na gut, ob ich das gleich hinkrieg, ja. Die Skylines, hm. Diese Dinger, mit denen die Cops da fuhren bei der Verlosung. Hui. Däh. Okay. Okay. Passt. Genau da muss ich. Der falsche Hirte, der ist in Kolumbia. Voller Hass, Hargier und Adlist. Wie alle seines Schlags im Sohn. Hup. 11.37, passt. Ah. So, 4-3-3. Machen wir das dann. Ich fühle mich schon besser. Der kommt. Aus Weintruch. Regier. Oh, wohin denn jetzt? Okay. Okay. Jetzt sind wir fest. Oh ja. Ich bin da. Nämlich! Ich bin da hierher. Jetzt bin ich befest. Und jetzt bin ich da. Oh ja. Du wirst wirst. Ich bin da. Ja ok, das nächste ist auch sauter weg Ball Was willst du uns da mal reingeben? Oh Ach so Los auf Tsunami Das ist auch geil Ja, der ist auch so ein freier Schock Aber ich habe nach wie vor ja bei mir liegen Ja, äh, ja, ja, aber kommt Da oben ist noch eine Skyline Wenn ich irgendwie höher raufkäme, käme ich wohl ran Äh, Bock drauf hätte ich schon, aber halt Ja, aber halt, hat man viel auf Talkstar, wie er braucht derzeit Nur da reicht trotzdem die Zeit nicht, trotzdem morgens Und so weiter Schreit doch nicht so Aha Wie sieht es aus Hä, 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 hä Hä, hä, hä Alter, äh, der Fisch Unglaublich Ach so Huh Oho. Hm. Knobladen. Alle, die deine Seele verfinstert. Wundet nie. Die Pinkertons. Alkohol. Glücksspiel. Und natürlich... Anna. Und jetzt, um die Schuld zu tilgen, willst du mein Lamm rauben. Doch nicht jede Schuld lässt sich tilgen. Bokka. Du kennst mich nicht, Kumpel. Die Prophetie ist mein Beruf, Mr. DeWitt. So wie Blut der Ihre ist, wissen Sie, warum diese Männer für mich sterben? Ich habe Ihnen eine ruhmreiche Zukunft vorausgesagt. Und so sind Sie zufrieden. Was führt Sie nach Columbia, Bokka? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld? Das führt zu Blutvergießen, DeWitt. Aber so endet es ja immer nicht. Es endet immer mit Blutvergießen. Du willst mein Lamm auf Abwege führen, aber dein Stab ist rum und in Fahrt gewunden. Geh! Geh zurück in das Sodom, aus dem du kamst! Habla! Ach, du Scheiße! Geh! Busch! Geh! Oh, eins in Deutschland! Wie gesagt, aus meiner Kutze zumindest was hin. Aus meiner Kutze. Ich muss die Steuerung finden, um nach Monument Island zu kommen. Oho. Die Steueraugen. Gut, gehen wir in die andere Richtung. So, dann ist sie ja. Ach so, mit dem Arzt, ja, da muss ich morgen nochmal hin. Weil der Facharzt wurde nicht angeschrieben, muss der Hausarzt machen. So. Keine Sorge. Ich tue dir schon nichts. Und da muss ich ja morgen nochmal hin und das abklären. Mal gucken, was er sagt. Das Ding schon irgendwie flottig. Der Herr vergibt alles. Aber ich bin nur ein Prophet. Ich muss nicht vergeben. Amen. Amen. Hä? Ich glaube, ich hätte da ja, dass der hier machen soll, ne? Höp! Nicht malgic! Wegen Musik! Ja, ja. Das Jahr wies, ja. Der Ding haben wir gerade wieder so, ja? Spätestens neune. Spätestens. um 8 Uhr früh ja hin und dann noch mal gucken was sagt der muss sich freuen euch nicht so dann die roswas platin weil ich mal nachgeguckt habe das spiel haben weniger leute auf platin wie nio 2 nio 2 haben 33 prozent auf platin das ist brutal wenn du es so siehst und das hier nur zehn mal augen was ist das monument island ja immer noch irgendwo ja immer noch im schwindel das ohr ist so ja na wie vor immer noch hier nur schlechter aber verschwindet ist das blöde mit dem schlechter hören wär so wurscht deswegen dafür dass er wieder 100 tabletten fressen und muss dann wieder zum haino also zur abwechslung 100 stück ja ja ich dann fahr mal ganz kurz ab dann machen wir hier weiter ja mal gucken wie es noch weiter geht welche da ähm ich ice Vielen Dank. 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 So, da sind wir wieder. Watt 2-0. Ah, läuft. Hier, Stefan. Da war so 3-0, okay? Nice. Danke euch. Servus, Brünto. So, gerade schon. Ja, das ist die Spann-Schwund hat überlegt, weil ich hab' ich mir heute mal gesagt, weil ich hab' ich mal gesagt, dass ich das Spiel auch wegkriege, weil ich das ja von dir so gesehen hab' ich dann einfach nach Bayer Shock, wenn das dann durch ist, weil die Uhr zwei dauert länger wie Bayer Shock. im Normalfall zumindest, dann werde ich ja deine Ghost of Tsushima machen, sobald Bioshock durch ist, in dem Slot dann halt. Dann haben wir hier zweimal Samurai Ninja Mischmasch. Na endlich. Ja. Aber was, da ist schon mal ein Spiel direkt vor mir auch weg, weil da liegt es ja immer noch hier. 4-0. Alter, was jetzt? Spulst du grad vor, oder? Ich möchte bloß wissen, wieso man sich hier entsperrt. Ah. Ist da auch noch was? Nö. Toll. Aha. 24 Minuten. Läuft. Hahaha. Die Leute, nicht läuft. Kann man da immer nur gucken nach dem Collector, was denn nicht. Furchtbar hier. Das reißt einen immer raus, die Scheiße hier. Ah, ok. Ja, dann haben wir eine Basti. Dann haben wir eine Nioh 2 und Ghost of Tsushima. Im Alter Wechsel. Was ist das? Danke dir, Basti. Ist das? Danke, Dön. Ja. Ja. Das ist richtig kaputt hier. So, hier. Ja. Ich darf wieder raus. Okay. Auffall. Na. Was habt ihr mit der GTA Trilogie? Nee. Nee, 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 nee. Da hab ich noch heutzutage besser spiele. Wie das das... Urhalte-Klump. Wollte ich gerade sagen. Wie das Urhalte-Zeug. Okay, komm ich doch rein. Gut. Okay, nee, dann geht die Treppe hoch. Vier, drei, dann das. Aha. Hm. 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 Aha. Umkleideraum. Da müssen wir hin. Es ist sie. Ei. Qui bet失踃. Harry. Hi. Uff. Uff. I-gu. O-R-I-M. I-I-M. I-M. I-M. Können wir eigentlich einmal wieder reinballern, wieder zurück in die Zukunft. Was? Was immer das mal, es hat nichts mit meinem Job hier zu tun. Ne lange Treppe nach oben. Ah, die. Dieser Job wird immer mieser. Ah ja. Ja, schlimm Fisch. Also sogar Blu-Ray, alle hier. Bibliothek. Okay, ich schaff das. Ah ja. Hallo. Ja. Ja. Ich hole sie weg. Ziemlich echt sogar. Kommt, Sie müssen gehen. Warum? Er darf sie auf keinen Fall hier sehen. Kleinen Moment noch, ich zieh mich grad an. Ich kann dich hier rausbringen. Man kommt hier nicht raus, glauben Sie mir, ich hab's versucht. Jetzt wartet doch, es reicht. Wie bist du damit? Was ist das? Damit kommen wir hier raus, nicht wahr? Was? Was soll? Gib uns das her. Die kleine süß dich. So kommen wir raus. Ah, bin ich. Das wird sich zeigen. Wer sind sie? Was wollen sie hier? Hier lang kommen sie! Warte! Schnell! Hol den Aufzug! Wieso? Was ist? Drück den Knopf! Hm. Hm. Was ist denn hier los? Die haben mich beobachtet? Die ganze Zeit? Warum? Warum hat man mich hier reingesteckt? Was bin ich? Was bin ich? Hm. Du bist das Mädchen, dass aus dir zu mir rauskommt. Alter! Ah in joka. Oh! 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 Anja Bicht! Oh! Timm das Gebäude au mitigation! Oh shock! Oh, der ist neu. Seid vorsichtig, Elisabeth. Woher kennen Sie meinen Namen? Nicht jetzt. Schnell! Der Ort ist an der Tür. Weg da, lass mich mal. Ah? Ah! 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 Uh! Oh, 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 oh. ja genau richtig morgen die uhr 2 double stream nach morgens abends sobald bayer schon durch wäre dann machen wir das andere ninja dinge da kaufst du schimmer dass der chef hat sich noch mehr aufregt aber gut es geht ja relativ schnell sag ich mal nein ich bin's elisabeth alles in ordnung wo bin ich wieder unter den lebenden hier moment es geht schon sie wären fast ertrunken sie ich sagte es geht schon das ist musik ich muss ich bleib nicht lang ich bleib nicht lang da haben wir zwei da haben wir schon die kamera ans auf hier Ah Wo ist sie? So Ja ja Ben Hey halt, ich suche eine junge Frau. Weiße Bluse, blauer Rock, braune Haare, blaue Augen. Habt ihr eine junge Frau gesehen? Blauer Rock, dunkler Saint? Ja Ich kenn bezahlt, ist aber nice. Oh ne Ah ok Hey, ich suche eine junge Frau. Ich suche eine junge Frau. Haha, wir haben nicht... Oh man Äh Äh Könnte Stefan sein Alle schwindeln Die Zeiten ändern sich. Die Leute wissen nicht mehr. Angehalten und nach der Uhrzeit gefragt. Einfach so. Oh Vielleicht sollten wir beide einen Spaziergang machen. Ach, ich geh doch nicht mit dir spazieren. Es ist doch allgemein bekannt, was du für einer bist. Hm, seht ihn euch an, Ladies. Wirklich ein Jammer, dass dem keine eine hübsche Badehose kauft. Schöne Überschillte Die Idioten, man sollte sie abschalten. Ich vermag schon, dass meine Frau Angst hat. Wird sich rüber wie die Unterschiede? Ist das hier? Hey, kleine Kleine, 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 Elisabeth. Oh, das ist wundervoll. Tanzen Sie mit mir, Mr. DeWitt. Ich tanze nicht. Los, komm jetzt. Wieso? Was könnte schöner sein als das? Na ja. Wie, wer ist mit Paris? Paris? Wie? Ich verstehe nicht. Wie kommen wir dorthin? Na ja, dieses Luftschiff fliegt dort hin. Aber wenn du wieder weiterdachst... Nein, gehen wir! Komm Sie, los! Jetzt auf der Stelle! Ich bin frei. Kaum zu glauben, aber wahr. Riechen Sie das? Diesen Geruch kenne ich nicht. Sie vielleicht? Die Strände, die ich kenne, riechen für gewöhnlich anders. Oh, ist moin, Basile, ne? Schönen Abend, ihr noch. Mr. DeWitt, Comstock. Hab von ihm gelesen. Es heißt, er kann in die Zukunft sehen. Gibt man einem Mann Macht, hält er sich gleich für den Größten. Er gefällt mir nicht. Was gefällt dir nicht, der Propheten? Sein Blick? Kann dir gehen? Ah. Sieht fast aus wie ein echter Ozean. Dabei sind's nur raffiniert montierte Pumpen und Aufwandbecken. Dieser Sturz ins Wasser hat ihn nicht gut getan. Ich suche etwas, was vielleicht die Schmerzen lindert. Alles klar. Hm. Sieht aus, als wären wir reich, Mr. DeWitt. Mr. DeWitt, hier. Vogel. Oder den Käfig. Oder vielleicht den Vogel. Nichts geht über den Käfig. Die zwei schon wieder. Wie... Schon gut. Sehen Sie mal, die sind doch toll. Welcher gefällt Ihnen besser? Der hier oder der? Der Vogel ist wunderschön und der Käfig ist traurig, aber er... Den rechten. Ganz sicher? Sicher. Der ist toll. Überraschend. Mein Tipp war der Käfig. Wenn du ein schlechter Verlierer sein willst, mache ich das nicht mehr. Das ist reine Sophisterei. Oh mein Gott. Mein Gott. Sehen Sie. Alles in Ordnung? Da war ich zu Hause. Wir sollten verschwinden. Los. Was ist denn? Was ist denn? Wer weiß, was der Urf ist? Wir sagen uns jetzt nicht. Was ist schon alles in Ordnung? Oh. Oh, hoff-Prederick. Was mich interessiert ist, wieso ist nie ein Handyman da, wenn man ihn braucht? Ich muss es in Ordnung. Hm. Das Ding ist versperrt. Was machst du da? Sie sind lustig. Wonach sieht's denn aus? So. Wo hast du gelernt, Schlösser zu knacken? Gefangen in einem Turm? Nichts als Bücher und Freizeit? Nichts als Bücher und Freizeit? Haha. Sie würden schon nennen, was ich alles kann. Komplizierte Arbeiten kann ich gleich selbst machen. Oh. Hallo, Sir. Achten Sie nicht auf mich. Ist bloß dummes Zeug. Alles nur Blödsinn. Testen Sie schon heute die Brüder von Mord. Ich hab diese Silver Eagles gefunden. Dort drüben ist ein Kaufsautomat. Vielleicht gibt's da was für Ihre Gesundheit. Ist vermutlich ne gute Idee. Oh. Alter. Hierher. Finden Sie nicht, die Vox-Propoli hat ganze Recht mit Ihrem Besuch. Ach, ne. Und bestimmt waren Freunde von Ihrem Treffen. Können Sie mich auch mal sehr interessieren. Und nun wieder Musik. Eine Garantie? Wer hat das noch? Für all den Papierkram. Ich hab ja gar nichts benutzen hier. Hey, hey Mister. Wir wollen Ihnen helfen. So, dann da drüben wir geradeaus. Okay. Sie haben hier nichts verloren, Sir. Gehen Sie lieber, sonst bekennen wir uns. Ohne Sie wären wir nicht entkommen. Daisy hat immer gesagt, dass mal einer wie Sie kommt. Mehr Geld. Okay. Danke dir. Oh, was ist das? Bitte sehr, junge Dame. Zuckerwatte, holt euch Zuckerwatte. Hm. Verzeihung. Aber darf ich Ihnen eine Erfrischung anbieten? Danke. Ah, das war alles, was wir schon alles gehabt haben. Ja. Ich hoffe, Sie erwarten nicht, dass ich mit da reinkomme. Anja. Ja. Das du rumrennst und sämtliche Mädchen abküsst, ist eine Sache. Aber die kleine Mary McCarthy und diese schreckliche Erin O'Malley, wenn dein Vater das erfährt. Wollen sie unbedingt, dass wir verhaftet werden? Oh, Frederick, du bringst mich noch... Hm. Gleich. Boah. Letzter Kunde, der Park schließt, der Park schließt, Leute. Ach, Verzeihung. Frisch gewischt. Ähm, haben Sie Sauerkraut? Sauerkraut? Na, ich glaub schon. Dann, ähm, einmal bitte. Was macht das? Äh... Zwei Tickets für die Fahrt zum Luftschiff, First Lady. Ja, Augenblick, Freund. Ja, hab ich. Wie wollen Sie vorgehen? Und schnell, wenn's geht. Hey, Mister. Hey, Mister. Sie werden auf den Anzug noch mit Sätze getragen. Verstanden. Ich ruf wieder an, sobald alles klar ist. Das gefällt mir nicht. Ja, schick den Vogel. Wir sind bereit für den Zugriff. Entschuldigung, wird man hier mal bedient? Sicher, Sir. Sorry, wegen der Warterei. Was soll denn das? Schnappt ihn! Gehen Sie weg von mir! Ja. Lass dich nicht weg! Lass mich raus! Ich will raus! Elisabeth! Bleib mir vor, bleib! Ah! Sie fänglich auf! Dich mach ich krass! Wir sind alle gegen den Wecker! Sie fänglich auf! Elisabeth! Hier geht's ab. So. Gibt's auch noch mal was. Die Schrotzen immer noch später. Ich mach das auch. Egal. Ich mach das halt. Ja. Wo ist sie? Na toll. Ja. Genau das, was wir jetzt brauchen. Ja, hoch, links. Ich habe immer noch was mit hier, einer Sniper, soll ich sie immer nehmen und dann nochmal irgendwas. Nein, nein, Mid-Range war ich halt. Aber ein Sniper auf jeden Fall. Anscheinend. So. Da muss ich mal gucken, weil ich bin ja jetzt auch nicht unbedingt so der Fan von einem Sniper. Weil dann doch hier extrem viele, stellweise, Viecher hier in den Nahkampf gehen. Leider mit Web & Swap was ich auch nicht. Das geht zwar schnell schnell aber. Muss ich gucken. Bleib einfach wo du bist. Bleib, muss ich mir vor mir helfen. Hey, komm zurück. Hä? Ah, da drin. Ich bin da ja hier. Verpackst bist du ja immer hier da. Ah, beim letzten Checkpoint, oder? So. Ganz normal, wie du stirbst. Ich grüß dich. Sie haben diese Menschen getötet. Ich kann es nicht fassen. Sie sind alle tot. Sie haben sie auch gebracht. Elizabeth dich. Sie sind ein Monster. Was hast du denn gedacht, was passiert? Was? Hast du eine Ahnung, was diese Leute auf sich genommen haben, um dich in diesen Turm zu sperren? Glaubst du, Leute wie die lassen dich einfach gehen? Du bist ein Investment. Und du bist erst sicher, wenn du weit weg von hier bist. Was... was wollen die von mir? Keine Ahnung. Aber ich lass mich ganz bestimmt nicht mehr so überrumpeln. Zeigen Sie mal die Hand. Was da eben passiert ist, war noch nicht alles, habe ich recht. Ich weiß es nicht. So. Okay. Ja. Eigentlich haben wir nicht, dass ich so arg viele Probleme hier haben werde. Wahrscheinlich, Alter. Da muss ich mich wohl dran gewöhnen. Da wurde noch ein bisschen. Ich habe einiges über Medizin gelesen. Ich werde versuchen, sie mit Heilmitteln zu versorgen. Und wenn die Wunde mal tiefer geht, versuche ich sie fürs Diesseits zu bewahren. War noch nicht. Oh. Oh. so, du bist 14 nein, da haben wir doch unbedingt auch den 2er auch klar weil sonst kann ich die Collection nicht verlosen, na, ein bisschen blöd weil 1 und 2 ist auf einer Disc ah, wir hier schon ja, da gibt's die Roll danke dir ein Lockpick Soldiers Field, erbaut 1903 in der Hand unseres Propheten ja, ja was interessieren einen Propheten Jahrmarktboden und Karusselle? das ganze dient dazu, Kinder an den Dienst am Staat zu gewöhnen du meinst dein Militär? ich lernte ein Kind auf der nächsten Fahrt zu landen so weicht es auch im Alter nicht davon ab ist das von dir? nein ich wollte hier Hilfe das dürfte schnell gehen bitte na ja hm hm dann machen wir das da perfekt ah, ist er so, Dele ja, ist der Silber wuhu ah, ist er sehr, sehr geil das ist was für dich das wird nicht lange dauern geschafft hier, für die Kasse so, geil was ist, wenn uns jemand hier findet? dann sagen wir, wir suchen nur die Toiletten und das bleibt? normalerweise nicht normalerweise nicht äh, äh äh wem wem ops Kaputt. Gameplay, ja. Boah. Die Story Meines ist aber schon geil. Mit Big Daddy. Und der Zweier so an sich ein Jahr, wobei der Zweier schon ein Tick schwächer war wie der Einser. Und der ist halt hier ein bisschen verschickter. Bisher. Da ist sie. Die First Lady. Scheint unterwegs in Stock zu sein. Und sie bringt uns nach Paris? Bleib bei mir. Ja, Mr. DeWitt. Nenn mich Booker. Oh, okay. Booker. Sollen wir zur Gondel oder wollen wir uns noch ein wenig hier umsehen? An einem Ort wie diesem finden wir bestimmt was Nützliches. Schimmel. Na, Schillpistole rein hier. Ah. Bist du ein Schlauch? Oder ein Schlauch? Ein Schlauch? Ein Schlauch? Ein Schlauch? Unsere eiskalte Kolumbische Eiscreme ist ein kulinarisches Fondant. Kosten Sie selbst? Ei, ei, ei. Okay. Okay. Wissen Sie, wieso Sie mich hier raus wollen sollen? Die Leute werden wohl was von dir wollen. Unterricht im Schlösser knacken zum Beispiel. Warum Sie? Ich hatte vorher keine Ahnung von dieser Stadt. Hey, ich hab hart dafür gearbeitet. Da! Oh, Alter. Sorry. Hä? Ach, als wäre er ein Schlauch für etwas Fondant zu sein Schlauch. Da! Oh, Alter. Verrückt. Na. Ach. 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 der dreier schwere oder schwieriger als gerade erst drei oder schwerste von einrägen dann zwei und dann die einzelnen glitsch benutzt ja zwar ist das schwerste also seid ihr durch platin bei vanguard müsste eigentlich passen wer sind sie müsste so eine art ich bin ein freiberufler für die pinkertons gearbeitet und so nichts was man in seinem lebenslauf schreibt er ist zwar wo sie sich hin was soll denn das Da, Schlaukopf und Schwachkopf. Sie wissen doch. Denk dran, sei kein Schwachkopf. Wie kann man das nicht kennen? Muss was speziell kolumbianisches sein. Als Kind habe ich diese Geschichten geliebt. Aber sie sind ein bisschen verstörend. Wir müssen diese Gongle holen, wenn wir das Luftschiff kriegen wollen. Mit dieser Steuerung kann man sie wohl holen. Das Ding scheint einzig und allein mit Schockjob hier zu laufen. War ja klar. Wo zum Teufel kriegen wir das jetzt her? Hier. Erleben Sie die Zukunft der Energie in der Hall of Heroes. Ah, das passt ja mal. 5-0 läuft. 5-0 läuft. 6-0 läuft. 7-0 läuft. 5-0 läuft. 7-0 läuft. 9-0 läuft einfach so 3-0 läuft. 1-0 läuft. Hopp. Seinen neuen Roller. Ah. Ich habe Geld gefunden. Danke dir. Hall of Heroes. Bis auf weiteres geschlossen. Dann müssen wir nicht Schlange stehen. Kupidu bewacht. Geheimnisse, die beherrscht. Liefert ins Haus den Geliebten. Boah. Boah. Reicht ich. Hehehehe. Nicht uns schlechten. Nein, nein. Geht schon. Ja Uta, mit Takedowns. Das geht eigentlich schon. Muss ich die Multiplayer machen oder Singleplayer? Ich muss das Ding wieder zum Laufen kriegen. Ach, eine Biene. Ich, ich hasse diese Viecher. Oh Mann, dann erschlag sie. Nein, sie sticht mich. Elizabeth. Ich habe eine bessere Idee. Ich öffne einen Riss. Scheiße. Was ist das? Das ist ein Riss. In meinem Turm habe ich ständig welche geöffnet. Was ist ein Riss? Das kriegst du doch hin in der Kampagne. Also bitte. Ein Fenster. Ein Fenster zu einer anderen Welt. Meistens sind diese Welten stinklangweilig. Ein andersfarbiges Handtuch oder Tee statt Kaffee. Aber manchmal, manchmal sehe ich was Tolles. Und das ziehe ich dann raus. Hier. Grundgütiger. Du hast da wohl nicht zufällig ein Luftschiff, das ist? Ich glaube nicht. Aber da, da ist etwas, das ich... Oh nein! Schließ ihn! Ich versuch's ja! Schließ ihn! Ich weiß ja nicht, was ich da gerade gesehen habe, aber... Mir kam's vor wie der kürzeste Weg in den Tod. Aber ich könnte helfen... Ich komme sehr gut allein zurecht. Glaub mir. Bitte, ganz wie Sie meinen. Aha. Ich schrotze. Du hast ein Schloss aufzuknacken? Hm. Bitte schön. Und da. Und da. Ich hab recht gefunden. Wer darf? Gut. flow qua. Frühflockpicks. Hm. Liyaaa! Oh, Kinder Bronco! Hold and release to create an eruptive trap. Hm. Joa. Oh, net. Das war das. Und wenn wir zuschlagen, erteilen wir Cornelius Slade eine Lektion. Ich weiß, ihr Faller habt Slade für eine Art Kriegshelden gehalten. Ja, runter, links rein. Okay. Cornelius Slade ist kein Helm. Er hat so lange in Finkton gelebt, dass er geworben ist wie ein Verstecklos. Los, haust! Ja, jetzt! Oh! Oh! Scheiße. 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 Ich kann die nicht einfach machen. Wer ist das? Slade? In Wursch. Scheinen sich immer noch gern Feinde zu machen. Hier, gut auflegen. Okay. Der ist dieser Betrüger, dieser Scharlatan, dieser Schlag... Not holdeja. Sejtsam. Äh. Ähm. Machen wir das jetzt. Mit der da. Alkoholäkler sind wieder zu viele hier. Wie es halt meistens so ist. Ein links. So, okay. Mr. DeWitt. Hä? Warte, wo ist sie denn? Da. Da, eine Chiffre. Eine Geheimbotschaft der Vox Populi. Du bist doch die Oberkotknackerin. Was heißt das? Keine Ahnung. Hier müsste irgendwo ein Codebuch sein. Aha. Oh, das ist das Suckt, ne? Wir haben schon Zeit für all die Papierkauf. Hier ist etwas Geld. Hier. Das hat man schon. Wir erhielten einen Tipp, dass im Fellow Traveller geschmuggelte Waffen versteckt werden. Nichts gefunden, aber komisch. Unter den Bodendealen stießen wir auf ein paar alte Uniformen aus dem Krieg. Wir rätselten, wie die dorthin kamen, aber... Wer ist da? Sind sie straight, ja? Sir? Sieh am Blick! Was du das gehört kommst? Doc, das war das Geräusch, das du nie gehört hast. So klingt es, wenn ein Soldat stirbt. Kommt zur Hall of Heroes. Da, mein Turm. Ist nur fair, wenn die mir einen Anteil am Profit überlassen, oder? Hoch. So, Schadensboost. Wann zur Faust. Ah. Von der Panzer Faust. Ja, Schadenserhöhung. Ah, ist natürlich auch ganz nice. Prima. Guckst du das auf, Elisabeth? Eine Sekunde. Fertig. So, was haben wir da jetzt? Nee. Hm. auch nicht Munition Das ist schon besser Das wird jetzt auch Ja, wie gesagt der Fisch Da müssen wir heuen So 27 von 80 Autsch Ah, da ist das Ich hab hier was Das hier ist das Codebuch Ja Kommt auch hin, ja Das kommt hin Hey Scheint nicht schwer zu sein Hut ab für die Vox Hier muss es mehr geben, als man auf den ersten Blick sieht Guter Zeit, der Hut Allerdings Ah Runter Kommen Sie wieder Wenn Sie über Barsch ab verfügen Mein Freund Sind wir da? Gott Jeder hat einen Traum Ha Panzerfaust Steht dann jetzt neben mir Da Dann da hinten. Das würde ich fast machen, oder? So. Die Zusatzkohle von der Sauna ist. Schrotze, ja, gibt es ja alles hier. Vorsicht, Metal. Hm. Die ist nice. Macht den Bühnenwahlfett. Was ist das? Der Gondelverkehr zu Hall of Heroes wurde eingestellt. Das wird absolut fantastisch. Warum haben wir eigentlich nie Glück? Denkst du, dein gutes Auge könnte vielleicht ein bisschen Munition erspähen? Könnte ich gut gebrauchen, falls es Ärger gibt. Da muss ich umsuchen, aber ich tue mein Bestes. Die Strecke ist frei. Oha. Scheint wohl zu stimmen Was war die? Was ist oben rechts? 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 Gelb oben, immer. Hast du es gesehen? Nein, nur. Was sag ich mir, du hattest? Ah. Da, der war auch kein. Aber auch nur mit einer Stimme mehr. Mit Nioh 2. Das wieder proben. Hm. Oh was, jetzt geht's nicht gleich wieder mit dem Collector Burs. Ja, ich dann fange jetzt kurz wieder ab und dann machen wir weiter, bis gleich. Bis zum nächsten Mal. 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 ich bin das hier ist halt weitaus den jahre die anderen ball also das recht war schon eins als ab wie zwei das ding ja weil er musste auch beim anderen doch weitaus mehr backtracking oder im kreislaufen keine ahnung wie was sie ja 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 geil doch er soll ich sagen so was du gewesen wäre verpasst elektrizität plätze und münken entlaschen zeus sieht es voll neid ok oh Zeit zum Mat. Unser Prophetvater Kamstok, Kommandant der siebten Kavallerie. Der Mann hat die siebte Kavallerie nicht angeführt. Ich erinnere mich nicht mal an den Kahn. Corporal DeWitt hat sich an diesem Tag in Taffer geschlafen. Sollte ich es auch gemacht, wenn es wirklich Unentschieden ausgegangen wäre. Slade? Bist du das? Du warst schon immer anders. Nicht wahr, Bucke? Du begehrst keinen Rom. Hör zu, ich sehe, du steckst hier in irgendeinem Schlamassel. Wenn du uns an dieses Schockjockeyzeug ranlässt, dann sind wir gleich mit... Der Blechsoldat Kamstok will unseren Tod. Wir sterben nicht von seiner Hand. Meinen Männern bleibt nur die Wahl. Tötet ein Blechsoldat sie. So ist den Loop. Oder ein echter Soldat. Siehst du? Bist du, du bist ein Killer, Bucke! Gib uns das Schockjockey! Wenn du die Kraft willst, Bucke, dann schenk meinen Männern den Ehren tot. Sie erwarten dich bei Wounded Knee und Peking. Ah, kein Seiden. Stole? Ne, ich will es auch mal schon. Genau das, was wir jetzt brauchen. So. Das Männer. Okay. Aha. Der Blechsoldat Ach, null. Ha, 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 ha. So. Aber die auch. Moiti, muss ich jetzt so abwechseln? Danke. So. Ach so, haben wir jetzt hier irgendwo eine Schrotze? Nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Sehen Sie den Mann, der Comstock gerne wäre. Ein echter Soldat. Ich will das nicht, Slade. Gib mir einfach, was ich brauche. Bald, nachdem du dasselbe für mich getan hast, suche mich unter den Boxern. Wer sind die Boxer? Die Chinesen. Wir sollen zu dem anderen Exponat gehen. Hört ihr, Comstocks Blechsoldaten. Sie wollen uns zum Schweigen bringen. Aber wir sind die wahren Patrioten. Die Geschichte, die nicht in ihre Bücher passt. Toll. Wollt. Wollt. Was ist das? Der Boxeraufstand. Was ist da passiert? In Peking? Ich war es, der die Stadt in Brand steckte. Comstock erzählt natürlich etwas anderes. Oh, das kenne ich aus Büchern. Comstock führte die Truppen Colombias nach Peking und... Comstock war nicht da! Die Boxer haben mit deinem Auge und 30 Freunde geraubt. 9-0. Oh Mann. Ach da. Oh Mann. Da. Ah. Das war eine gute Tat, Booker. Sie starben wie Männer. Ich hab nicht rumgebeten. Ich hab nichts gegen diese Männer. Helden fragen nie. Ich hab nie gesagt, ich bin ein Held. Was bist du dann? Nimmt man alle Teile von Booker David fort, die du auslöschen wolltest, was bleibt dann? Komm zur Rotunde. Es ist bald vorbei. Was hat Slade gemeint? Was wollten sie auslöschen? Jetzt wohl aus deinem Käfig raus bist, merkst du vielleicht, dass er seine Fünfteil hatte. Jetzt hat er den Luke. Egal was dabei rauskommt. Ja. Und was ist, wenn du eines Tages merkst, dass deine Wahl dir nicht gefällt? Ich habe was ihr braucht, Booker. Ihr findet mich hinter dem Denkmal der First Lady. Ha. Man kann über Lady Comstock sagen, was man will. Sie hat ein Auge für Mode. Ihr wisst jetzt, was Comstock mit meiner Geschichte gemacht hat. Seht nun, wie er die eigene gefälscht hat. Ja, eine runde Schuhe, drei Abos für alle. Der Stross des Propheten war nur eine Woche lang im Bauch unserer Lady. Schwupp, dir noch ein Sehro weg. Was ist der Vater, Kind? In meinen Büchern stand nichts von einem Kind. Ausgerechnet die Stelle fehlte? Das war wohl kaum ein Zufall. Doch das Kind erkrankte und unsere Lady betete Tag und Nacht dafür. Doch, muss ja. Das ist mein Thorn. Seht, Daisy Fitzroy mag meine liebe Frau ermordet haben. Doch das Kind bekommt sie nicht. Sie tritt nichts zwischen sie und die Prophezeiung. Der Stross des Propheten wird den Thron besteigen und die weltlichen Gebirge in Flammen füllen. Ich? Du bist Comstocks Tochter. Nein, unmöglich. Nein! Er will, dass du in seine Fußstapfen trittst. Nun, ich will einen Hund. Das heißt nicht, dass ich einen bekomme. Genau. Das ist was für dich. Was ist das Koste? Nice. Hier ist etwas Geld. Dann was? Na also. Die Rache des Propheten. Hm. Ich passe durch die Stäbe, aber sie sind zu breit. Ich gehe mal vor, um sie nach dem Weiterkommen. Das kannst du klicken, Stefan. Das gibt's nicht. Ja, das Gegenteil. Ist das? Das ist ein Riss. Ich kann etwas in diese Welt holen. Ah, ein Frachthaken. Wie praktisch. Wie gesagt, es ist eine Art Wunscherfüllung. Okay, sagen Sie es, wenn ich den Frachthaken holen will. Ich spüre, dass da noch mehr sind. Immer wenn ich unruhig werde, tauchen die Risse auf. Booker, sehen Sie diese Risse? Die könnten wir gegen Slades Männer einsetzen. Durch diesen Riss kommen wir höher rauf. Und der hier liefert uns ein Geschütz. Und etwas Deckung. der drittl da ist. Ich bin irgendwie... ...die sind die Inder! Herr Schütz, schnell! Ach! Da! Ah! 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 Kommstocks Schoßhündchen hat tolle Tricks auf Lager. Weißt du, was du da hast, Bucke? Es reicht, Slate. Wir brauchen diese Kraft, um aus Columbia wegzukommen. Und wir holen sie uns, so oder so. Slate! Da dann hoch und dann... Ah. Okay. Soll ich mal als Aussichtsdinger... Geht es denn auch? Das ist ja cool. Ich hab Geld gefunden. Bedarf? Gut so. Halt die Augen auf nach dieser Schallschöpf-Kraft. Boah, tun wir jetzt tausend. Reicht nicht. Es ist leer. Na ja, pass mal her. Wie auch Profis gepflegt. Schlagen. Betracht. Oh, das ist doch. Hast du es! Hast du es? Ohne... Ohne... Das ist ja nur noch konsistant. Das ist das? Ja, wir haben uns. Ja, ich bin die ja auch nicht, weil... ... ich bin... Und schon eine knie, weil wir sind... ... wenn wir sind... Ich bin die ja auch nicht. Ich bin für mich. ... im raum. Lechmänner, Booker. Dazu wird Comstock uns machen. Mit Drähten und Hebeln, statt Köpfen und Herzen! Siehst du, Booker? Vielleicht bist du noch der, den ich kannte. Vielleicht nicht. Es spielt keine Rolle. Comstock hat unsere Geschichten und unser Erfragen losgerüstet. Jetzt will er mich kriegen. Und wenn ich weg bin, bleibt nur noch die Lüge. Ja eben. Genau das. Gib uns einfach, was wir brauchen. Kannst du dir das mal ansehen? Mal sehen, was ich tun kann. Also das ist nicht unbedingt dann so toll, wenn du das wusst. Bitte sehr. Wenn du ein paar Mal vorkommst, hast du rausgeschmissen bei PSN Profiles. Zum Beispiel. Je nach Schwere natürlich, ne? Na ja, komm. Kannst du das knacken? Sieht einfach aus. So. Der Laden wurde geplündert. Hier gibt es keinen Schock-Jockey. Slade muss es mitgenommen haben. Da. Ja. Ja. Äh. Ist er da zurück oder was? Was ist das? Komm Storks Schiffe, er kommt wegen Slade. Es war Slade, der bei Wounded Knee für sein Land tötete! Es war Slade, der die Tore Pekings stürmte! Slade! Slade! Komm Storks, Bucka! Aber uns zu töten wird ihm nicht reichen. Oh nein, er will uns auch noch in Blech verwandeln! Das lasse ich nicht zu. Er hat mir meine Vergangenheit geraubt, aber mehr bekommt er nicht. Gib uns endlich diese Kraft, das muss doch nicht sein! Auf auf, Jungs! Der Soldatentod wartet! Na dann. Du bist nicht der Booker, der mit, den ich kannte! Lechmann! Lechmann! Na, gekickt aus war ja nicht. Normalerweise. Wer hast du nicht auf Lager, Soldat? Jetzt komm schon, der Witz! Enttäusche die Jungs nicht! Pff, hat man schon gehabt. Diese Wahrheiten sind offensichtlich. Ja, meine Augen ist ja am Dreh gewesen, ja. Ja, ich hoffe auch mal, dass es dreimal war. Ich guelte dir deinen ... Tokio, kannst du nicht. was du nicht? Oh nein, ich guelte! Jetzt ver seinen church . Gesmt! Okay. Onyx. Good. Ah, genau, das passt. Oh, ich bin saugevoll. Okay, das passt mal die. Oh, ich bin sauge. Oh, ich bin sauge. Oh, ich bin sauge. Oh, ich bin sauge. Du bist ja noch nicht fertig, Soldat. Schön leer essen, den Teller. Bring's zu Ende. Äh... Schock Jockey. Ich hoffe, dass es das wert ist, Slade. Press to shoot a bolt of electricity. Hold and release to create a shocking trap. Hä? So, und mal wieder der Trumpia. Auch nicht verkehrt. Da, 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 da. Ja, das war nach wie vor trotzdem. Das da? Wahrscheinlich, ja. Oh, danke euch. Schneller als du dir vorstellen kannst. Was haben wir hier? Pressionsgewehr, aber noch habe ich ja Muni. Ist voll. Ja. Ja. Oh, ne. Da, da, da. Ja. Ok, da, da. Da, da, da. diese kräfte scheinen ziemlich stark zu sein ich werde sie so gut es geht mit salzen versorgen danke immer lieber geht ja ich will sein selber kalt Bukka, ich spüre, dass Slades Worte sie gequält haben. Sie haben mir gezeigt, dass es Situationen gibt, in denen es nur ums Überleben geht. Überleben ist das eine, Spaß an der Sache zu haben das andere. Bukka. Hör zu, du scheinst ein anständiges Mädchen zu sein. Je weniger du über mich weißt, desto besser. Hm. Hab ich schon gemacht gehabt? Okay. Ich danke dich. Ich liefere den Flanken gelieb. Hm. Ich danke dir. Hm. So ins Gewehr? Nein. Gewehr den Kopf ab, bring ihn zur Strecke! Immer so, der. Ja, gut, mach mal da, mach mal das da. Hüpp. Ja, gut, mach mal das. Ja, gut, mach mal das. Ja, gut, mach mal das. Ich blute deinen Adern nicht, Junge. Hä, was? Das riecht jetzt endgültig. Ach, da oben. Das riecht jetzt endgültig. 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 Hö~! So. Ich heiße Bokka. So, zu Backtracking jetzt sagen wir es ja doch. Die Lache wird mein sein, so spricht der Prophet. So und so ist. Einmal ne Pixi-Tofiolen, ja. Ach. Ich verstehe nicht so ganz, wie du das alles machst, diese Risse. Ich habe sie mir immer als Türen gedacht. Als junges Mädchen habe ich nicht nur die geöffnet, die ich fand. Ich habe selbst welche gemacht. Gemacht? Ich konnte gehen, wohin ich wollte. Aber ich wollte immer wieder zurück. Wohin? Ich weiß nicht. Zu meiner Familie. Hm. Wie machst du das? Wie geht das? Ah. Und was hast du dabei gelernt? Wie geht das? Das geht nicht. Bisschen. Wie geht das? Das geht nicht. Ich bin nicht pegged. Nein. Okay. Halt uns jetzt hier. Nichts. Gut. Ah, das war's. Die Gondel kommt. Hm, gut, ne? Jede Stunde. Ne. Nicht mal. Wir schon. Hä? Ach da. Hm. Okay. 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 Untertitelung. BR 2018 Oh, okay. Das war's für heute. Mein Ziel, wenn ich dir durch die Augen des Profis stehe, wenn ich dir durch die Augen des Profis stehe. Ernte, was du gesät hast. So. So. Oh, nice. So. Auch wieder Muni. Lass mal die Schnippern. Danke. 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 Danke! Genutzt um zu zähmen, den bockenden Brunko. Haltet sie auf! Was ist damit? Feuer! Er war doch eh nur da! Du kommst zu fahren! Ja! Ja, ein 7! Feuer! Hier ist etwas Geld! Hopp! Scheiß! Hä? Wie ist die los? Hm. Wie geht's mit? Wie geht's mit? Wie geht's mit? Ja, hier ist es etwas Geld. Macht nichts. So, das Ding hier zählt aber nicht. Egal, nehmen wir trotzdem mal mit. Ne, jetzt ehrlich nicht. Was? Weg. So, man nennt sie also den falschen Hirten. Und ich das Lamm. Lassen Sie uns das nicht tun. Von mir aus. Was denken Sie, woher die wussten, dass sie kommen? Entweder die haben einen Propheten in ihren Reihen. Taha. Oder die Plakate sind von meinen Auftraggebern. Wieso? Keine Ahnung. Ich fand den Spruch gerade gut hier. Propheten in ihren Reihen. Ich fühl mich schon besser. Okay. Ah, sehr schön. Ein Erste-Klasse-Ticket. Äh. So. So, danke euch. Ah ja, passt. Das kann man hier so kurz stehen hier. Dafür nochmal ganz kurz ab. Und dann, ja. Hauen wir die nächste Talkies. Bis gleich. 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 Und dann geht's bis gleich. tja das kannst du jetzt auch es gibt niemand was soll das 40 nord 74 west das ist nicht paris das ist new york woher weißt du das zeit war alles was ich in dem turm hatte müsste zeit zum lernen etwa geografie ich hatte schulden und dann kam einer an und sagte er tilt meine schulden im tausch alles wird gut los dreh dich um und sprich mit mir wie können sie sich erfahren das passiert dann ja meine frau immer ständig geld gibt und du einmal ihren wunsch nicht machst und dann zack bumm das hast du dann davon und dann kommt der nächste er drückt ja meine rein so du bist also dieser berühmte falsche hirte hast schwer krawall gemacht bei der verlosung bist du fitzroy in person ich habe nichts gegen dich oder deine vox populi aber das hier ist mein luftschiff für mich sieht es nämlich wie ein luftschiff von comstock ich will keinen streit es gibt bereits streit gewitt die frage ist zu wem hältst du kannst doch ist der gott der weißen der reichen der erbarmungslosen wenn du zum einfachen volk hältst kommt zur box wenn du zu den aufrichtigen hältst kommt nur mein schiff und die box wird es dir geben doch erst musst du der box helfen in finden unten da gibt es einen wappen schmied der uns mit knarren versorgen kann hol sie bei ihm ab dann bekommst du dein schiff zurück wo oh so 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 Geht nix. Geht nix. It's on. Okay. Geht nix. 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 Es muss einen anderen Weg geben. So, das ist das... Oh je... Ah. Huch? Ah. 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 Ah ok. Schnippermulie. Und kürzer kommt der Navy Man und tut sie auf. Schluss jetzt, sei still! Nicht los! Nehmen Sie die Klappe! Los, Klappe! Trotzdem will ich haben uns hier zwei, die mir gefallen. Sei endlich still! Hallo? Tötet ihn! Jetzt hab ich aber die Nase voll! Puh! Klappe! Klappe! Nicht los, Klappe! 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 Boom, 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 boom. Da. Was ist jetzt der andere da oben hin? Schauen wir mal. Da ist er. Ach. Autsch. Gut. Äh. Okay. Ne. Halt die Augen bloß bei dir, Quailo. Na ja. Theoretisch eigentlich bei Elphadron, Mr. Trophy. Ne. Hier nochmal. Also ich rotze genau. Ich rotze. Ne. 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 Reichtet. Reichtet. Das ist ein Problem. Schauke. Elisabeth, warte! Hm. Ah! Why is that hair down? Hey, hey! Hey, hey! Ich rutsche ab! Versuchen Sie nicht mehr zu folgen, Mr. DeWitt! Elisabeth, ich habe was arrangiert, damit wir das Luftschiff wiederkriegen! Sie können uns hier wegbringen! Ja, ich muss nur Waffen für einen ganzen Aufstand besorgen. Und wo sollen wir die herkriegen? Von einem ihrer vielen Freunde und Verbündeten? Von einem Waffenschmied in Finken. Dürfte ein Kinderspiel sein. Was sagst du? Partner? Sie sind ein Lügner, Mr. DeWitt. Und ein Gauner. Aber ohne sie komme ich niemals nach Paris. Gewöhnen Sie sich nicht zu sehr an die Füße damit. Sie sind ein mittel zum Zauberlust. Seit gutem Mutes. Historiker berichten, der Maler-Syra wollte... ...der seine Künstler mit Geld. Und George Washington wollte das Präsidentenamt nur annehmen, ...wenn man ihm nur einen Dollar pro Jahr bezahlte. Mr. Fink ist ein guter Mensch. Wer halt arbeitet, der wird auch mehr... ...schmerzt auseinander. Ah. So passt. Machen wir auf. Elisabeth? Das kriege ich hin. Bitteschön. Ja, Melle, äh... Bein raus, danke. Ja, Melle, 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 Melle. Hm. Na, war alles schneller, Garantier. Was wollen Sie mit dem Ding jagen? Einen Marienkäfer? Na, was? Tanzboost-Salvengeschütz. Hm. Hm. Präzisionsgewehre-Rückstoß. Hm. Das Ding sind Woller. ... Oh. Hm. So, Selen. Hm. Brauchen wir Geld? Bitte. Immer. Okay. Das ist Unsinn. Ah, shit. Okay. Ich fühl mich schon besser. Selven geschützt hat man's auch noch nicht. Hm. Da, 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 da. Ah. Wer muss jetzt darunter? Oh, ich sehe hier aus. So, da drüben, ein Lastenaufzug. Der bringt uns nach hinten und kostet uns unterwegs das Leben. Ah. Moment, ich muss nachladen. gut aus war keine schnippe mehr danke euch so das hier wollte ich eigentlich irgendwo dann draußen ja noch recht schwere waffen jetzt das ist uns gewähr vorher hatte eine zu teuer derzeit schnapp auch immer das das waren wir noch mal den marschiegewehr nehmen hier ist ein schloss wegen kontakten zu gesetzlosen daisy fitzroy unser mann ist anscheinend ausgeflogen nein das nennen sie eine knabe testen sie schon heute die produkte von morgen da komme ich ja noch da Gute Frage. Wow. Ja, ist das so freundlich. Und ich möchte euch mitteilen, woran ich glaube. Was ist das bewundernswerteste Tier auf Gottes Erde? Die Biene. Habt ihr schon mal eine Biene im Urlaub gesehen? Oder eine Biene, die krank macht? Nun, Freunde, die Antwort ist nein. Und darum seid wie Bienen. Seid wie Bienen. Ähm, hallo? Mr. DeWitt? Äh, ja? Mr. Fink will sprechen. Was ist denn? DeWitt? Fink hier. Hören Sie, mein Junge, wir hatten Sie im Auge. Und ich kann Ihnen sagen, Sie sind unser Top-Kandidat. Top! Mein Partner, Mr. Flambeau, hilft Ihnen, falls Sie etwas brauchen. Was sollte das denn? Keiner. Der ist ja merkwürdig erfreut, Sie kennenzulernen. Ach. Leider wärst du so freundlich. Tja, der Mann hat ein Ego. Ja, aber die Hälfte der Collective was haben wir jetzt. Ja. Einige fragen mich. Fink, wieso werden wir mit Marken bezahlt, die nur im firmeneigen Laden gültig sind? Ich sag euch was. Ich lasse nicht zu, dass man euch arme Leute in irgendeinem zwielichtigen Laden abkocht. Der Fink Company Store bietet euch Fink-Produkte. Zu Preisen speziell für die Fink-Arbeiter. Das ist sicher auch eine Möglichkeit, ne? Mr. DeWitt, willkommen in Finkton. Sie finden hier eine Reihe verschiedener Utensilien für die Dauer ihres Besuches. Oh, ein Revolver, um jetzt auch noch nicht gehabt. Was will Mr. Fink von uns? Verzeihung, Miss, aber Mr. Finks Interesse gilt nur dem Gentleman. Ähm, warum? Bedauere, junge Dame. Aber Fragen über die Bewerbung des Gentlemans sollten direkter Mr. Fink gerichtet werden. Wissen Sie, dass das eine gute Entwicklung ist? Ich finde das nämlich überhaupt nicht. Wie sieht's aus? Zum Waffenschließt oder im Uhrenladen Vorräte auffüllen? Was ist mein Kollege? Was soll denn? Wisst ihr, was derjenige da in Wahrheit sagt? Oder sagt mir, wenn er jetzt nicht ein? Haha, mein Freund, was tut mir vor uns mit euch? Freund, du bist nur, mein Freund, du! Oh, Sklave! Aber da, kann dir die Fink nicht wohl haben? Er sagt, ich bin kein Sklave. Ich bin nicht du. Ich bin ein Finkarbeiter. Oh, stolz darauf! Bruder, du darfst mal die Püste zerstören. Nein. So. Das klicke ich wohl nur auf der anderen Seite, ja? Ja, fast. Das klicke ich wohl nur auf der anderen Seite, ja? Äh, warte mal, was wir da hin? Hier ist es, Booker. Chen Leng. Waffenspiel. Das sind anarchisten Worte, meine Freunde. Und der Anarchist ist der Freund des Hungers, der Gesangler des Mannes und der Spießgesäde, der Krankheit. Musik, sie kommt aus dem Rister. Das Lied hab ich noch nie gehört. Ich glaube, niemand hat das je gehört. Ich glaube, ich Name, ich glaube, ich brauche das. Ich glaube, ich habe das Er ist doch da, dort. Ah. Waffenschmiede. Hab was drüber gelesen? Das ist Gautama Buddha. Wer? Der Gründer des Buddhismus. Verbrachte 49 Tage unter einem Bodibaum, bis er erleuchtet wurde. Irgendwas sagt mir, dass Comstock keine anderen Götter neben sich duldet. Hallo? Hallo? Ist der Lin? Cem? Lin? Ist jemand da? Was ist hier passiert? Jemand hat hier alles auf den Kopf gestellt. Bestimmt die örtliche Polizei. Hören Sie das? Unten ist jemand. Ich bin schon fertig. Ich bin schon fertig. Genau. Das ist nicht. Ich bin schon fertig. Und er hat mich gearbeitet. störungen besuchen mr lind nicht hier sie geholt fliege einheit ich beten gautama buddha beten bringen man zurück bringen man zu mailen und wo ist er jetzt in club alle bringen in gut ein club wo ist dieser club bitte wo ist dieser club die sorte die lin wahrscheinlich gerade in die mangel nimmt um zu erfahren wie engel mit daisy fitzroy ist ist das nicht die für die wir arbeiten ja genau so ist es ok finden wir raus wo dieser good time club ist aber schon mal den osten asiatischen touch vorbereitung für morgen aber Oh, auch da! Oh! Jawohl! Oh! 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 Oh, nice! Nächste! Oh! 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 So, rechts hoch! Ja! Oh! 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 Ah, der wird mein Junge! Tja, die besten Einstellungstests sind die, wo einer gar nicht merkt, dass er getestet wird! Hahaha! Aber ich hab sie seit dieser Verlosung der Neulichen beobachtet! Hahaha! Sie sind ein harter Hund! Und in solchen Zeiten... ...brauche ich so einen Wiesing! Hm... Äh, Karabiner hatte ich ja nicht gehabt... ...Salvengeschütz... Naja... Hm... Hm... Was wollen Sie denn? Tja, es droht ein Aufstand, DeWitt! Hahaha! Fitzroy hat die Wilden aufgebiegelt! Da hätte einer wie ich schon Verwendung für einen alten, pinkernden Mann wie Sie! Elisabeth! Suchen wir Chen Lin und dann nichts wie weg! Also... Ich verlange nur, dass Sie die Sache zu Ende bringen, DeWitt! Wir wollen die anderen Bewerber nicht enttäuschen! Unser erster Kandidat ist ein Veteran aus Peking! Was sagt man doch gleich über alte Soldaten? Hahaha! Elisabeth? Schon dabei! Ich setze auf Sie! Er ist ein alter Hase im Umgang mit Sprengstoff! Der Einzige, den ich kenne, der dabei ist... Hier! ...keine Gliedmaßen verloren hat! Hahaha! Noch! So! Da haben wir die! Ah! Gut Geburtstag! Ja, danke euch! Ah! Und dann weiß ich eine Normalerweise gibt es jetzt keine mehr, oder? Ah doch! Haha, ja! JA! Tickstege ist verdammt! Ah! Höh?! Wir haben hier ausgezeichnete Ergebnisse. Dieser junge Draufgänger ist ein früherer Verehrer von Lady Comstock. Aber ohne das alte Mädchen weiß er nichts mit sich anzufangen. Ich habe ihn an der Jobbörse ergattert, für kein Geld. Jobbörse. Sie sind spitze, David. Einfach spitze. So, die auch noch. Ich bin schon am Super-Gauff. Ich bin schon am Super-Gauff. Ich bin schon am Super-Gauff. Okay Es wäre weniger Meule zu füttern Butter, hier! Gut Halt, ich handle Gute Show Haha Sie übertreffen alle Erwartungen, mein Junge Hahaha Weiter zu Ich gratuliere den Witt Wissen Sie, als mir Ihr Name genannt wurde, hatte ich Zweifel, ob Sie der Richtige sind für den Job Hahaha Aber jetzt kann ich sagen, dass ich mich getäuscht habe Ich bin nicht interessiert an Ihrem Job, Fink Also, ich weiß alles über Ihren kleinen Job für Fitzroy Aber wollen Sie wirklich Ihrem Angebot den Vorzug geben? Manch einer würde töten, um Sicherheitschef bei Fink zu werden Hahaha Sie sind eine harte Nuss, Mr. DeWitt Eine harte Nuss Aber ich verspreche Ihnen Ich kriege, was ich will Ja Ja Da Ähm Ähm Autsch Autsch Bukka, da drüben ist eine Tür Ich glaube, hier geht's runter Alter, Alter Mach Hier Ja, ins was Hm Ne Ich hab Geld gefunden Wo Über rechts Ah Lotfrik kannst du damit sogar auch kaufen, ok? Okay. 6-6. Äh, Litter. Perfekt. Ah, ich nehme mir das mal wieder. Ich glaube, da drüben ist ein Lockpick. Datsache, was sie nicht sagt. Genau, jetzt da rein. Ah, ein Tollpuck ist auch noch mal. Keine Ahnung, wohin das dann muss. So. Egal. Kaffee. Was ist denn? Okay. Nee, Karabine noch nicht. Da. Chen Lin, Zelle Nummer 9. Hm. Kriegst du das auf? Sieht einfach aus. Ich habe für Leute wie Fink gearbeitet. Wirklich? Ich war bei den Pinkertons. Man hat uns gerufen, wenn Arbeiter Stunken machten. Und wozu? Um den Leuten zu zeigen, dass es unklug ist, die Arbeit niederzulegen. Und zwar mit Gewalt. Ich kann dir sagen, manchmal sind solche wie Fitzroy bitter nötig. Warum? wegen Leuten wie mir. Bitte sehr. Na toll. So. Hey! Ich habe schon eine Ahnung, was zu dekodieren ist. Nein. So. Bauen wir gerade aus. Okay. Hm. Naja, noch nicht fertig. Kommt der Revolver später. Dann. Irgendwann. keine Flos. Was riecht denn hier so? Hier unten gibt's keine Klos. Sie behandeln sie wie Tiere? Wir schütteln mit dem Kübel Eiswasser drüber. Wir müssen heute noch den Einen verhören. Halleluja! Wir haben, um an so einem Ort angesperrt zu werden. Fink braucht keinen großen Grund. Nein. Anscheinend nicht. Nö. Oh. Na da, neun. Komm mal, Hausbelina. Ich bräuchte hier Hilfe. Sieht einfach aus. Bitteschön. Hm. Elisabeth? Kein Problem. Hier ist es, oder? Nummer neun. Bitte. Ja. Ja, gut auf jeden Fall. Hier. 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 Ich weiß, Daisy Fitzroy hat eine Berufung, doch Sie werden merken, dass sich Ihre Wege trennen. Löwen ziehen mit Löwen, David, nicht mit Hyänen. Tja, das ist so wohl, wa? Was? Was zum Teufel? Ich sehe Kopf. Ja, stimmt doch nicht, sind es halt schon so. Warum folgt ihr uns? Wer schickt euch? Komm, Stock. Was wollt ihr fassen? Was sieht man hier aus diesem Winkel? Tod. Hör zu. Und so am Leben. Wo kam? Schon rennen. Die Leiche ist weg. Sie war niemals hier. Ein anderes Kolumbia. Ein andersartiges. Die gleiche Mütze, eine andere Perspektive. Komm, Zahl. Tod. Wir müssen durchgehen. In dieses andere Kolumbia. Aber wie? Es ist wie Fahrrad. Man verlernt es nie mehr. Man muss nur den Mut haben, aufzusteigen. Wenn wir diesen Riss betreten, dann gibt es, glaube ich, kein Zurück. Ich glaube, die Story verlangt das. Also los. Okay, öffne ihn. Kein Blut mehr. Und keine Leiche. Eine andere Wildbucker. Geil. Ich schätze, ein toter Waffenschmied weniger wird nicht der einzige Unterschied sein. Ah, wieder Backtracken. Gut, ich habe vorher eigentlich nichts gesagt. Ich habe hier nicht, wieso Chen Lin wieder lebt. In dieser Welt wurde er gar nicht ermordet. Irgendwo erfahren wir vermutlich, warum. Schätze, man kann nicht einfach so etwas ändern und erwarten, dass alles andere gleich bleibt. Die sind Männer. Ich habe sie getötet. Die waren tot. Nicht in dieser Welt. Buka, sieh mal, sie... haben alle Nasenbluten. Was ist mit ihnen? Sie erinnern sich. Woran denn? Was geht hier vor? Garen tot sie sagt. Als mein Sicherheitschef wollen sie vermutlich erfahren, wie diese beiden an ihren Rennen vorbeikamen und was sie im Keller holten. So. Ihr kleines Schweinchen. Wollt ihr mal was anderes wollen? Schweinchen. Nehmen wir gerade den. Oh Mann. Bums. In der anderen Welt, von der ganzen Sache kriege ich Kopfweh. Mal Gatling Gun, hatte ich die jetzt fertig? Ja, ich finde, es ist alles gut gewürzt. Stimmt. Hatten wir schon. Oh. Oh. Das nennen Sie eine Knabe. Bist du eine Knabe? Danke dir. Salven Geschütz. Na komm, nee. Dann muss ich den Siegste. Hol die Pistole immer bald aufrollen. Äh. Rechts, rechts. Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Macht nix. Das war's für heute. Das ist immer ne Runde Blechenluten hier. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Danke. Das war's für heute. Gut. Das war's für heute. Gut. 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 Hast du bemerkt? Lynn hatte Nasenbluten. Scheint in Mode zu sein. Dieser Riss. Ob das so eine gute Idee war? Tja, ich bin nicht tot. Ich höre, was die Leute sagen. Mr. Fink, warum müssen wir 16 Stunden am Tag arbeiten? Oh, Alter. Ganz klar. Nichts wäre mir lieber, wenn man das gleich mal zu verkaufen ist. Es geht nicht. Warum nicht? Zur Erklärung reicht mir ein Wort. Moral. Seht ihr, Freunde? So, wir auch noch. Äh. Paddy Wacker. Obwohl, muss ich gerade mal das aussehen, dann machen wir ein Stück länger wie einseh. Na, sowas ich viertel nach oder so. Ich biege nochmal ganz fix ab. Ah, genau. Und dann machen wir noch ein bisschen weiter. Bis gleich. Ich biege nochmal das aussehen. 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 Vielen Dank. 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 Da ist sie wieder. Ja. Ich zeige euch. Ich zeige euch. Ich zeige euch. So. So. Aber macht bock das Game. Ich zeige euch. Ich bin gespannt auf den 1990er Modus. Morus. Ich zeige euch. 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 Was? Eine Panzerfaust. Oh, ich hab da. Ich bin genau. Ich bin schon. Wasch! Na ja, so ein Beziehungsherr ist ein normales Maschinengewehr, ne? Der Freak! Ich muss lächerlich rücken. Du hast nur schlechte Karten erwischt. Ich gehe nicht in diesen Turm zurück, auf gar keinen Fall. Die hören erst auf, wenn sie dich haben. Warum? Was hab ich ihnen getan? Du machst ihnen Angst. Gut. Hm. Ihr sollt so hungern, dass die Kraft nur zum Betteln reicht. Ihr sollt so unwissend sein, dass ihr eure Probleme nicht lösen könnt. Ihr sollt hinter dem allmächtigen Silberegel herlaufen, um alles... Fink ist schuld am Zustand dieser Leute. Vielleicht hat Daisy recht. Vielleicht sollte sie ihm das alles heimzahlen. Aber erst bezahlen sie uns. Wir brauchen Waffen und dann das Luftschiff. Du Dieb, verdammter! Hä? Füllen sie alle! Fülle Felsen! Mach Munition! Före! 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 Ja, guck mal, das ist voll hier! Före! Ich fühl mich schon besser! Ich steck dir ein Messer rein. Was ist denn? Lass die Erde und kommst du nicht mehr raus. Kommt doch mal raus. Für dich gibt's keine Gnade. Ah. Repetierer. Ohne Repetierer, alles klar. Dachte ich mir doch. Schade. Danke euch. Ah, der muss ja schrotzen. Ich will da auch noch. Hm, geht dir nix. Gut, spätestens dann werden sie eh akku. Gut, spätestens die Erde und kommst du nicht mehr raus. Hier ist Activision. Gibt es jetzt, ich war so und ich hab mal. Das ist eine gute Idee. Danke. Danke, danke. Danke. Danke, Danke, danke. Danke, danke. Danke, danke. Danke. Danke, danke. Hallo. Eine Gitarre. Schade, dass ich nicht spiele. Wäre gut für die Stimmung. Aha. Da, ein Lockpick. Den könnten wir mal brauchen. Den Schlüssel. Hm. Will the circle be unbroken by and by? By and by is a better home awaiting in the sky, in the sky. Bye. Ah, warte. Was sagt er noch? Salz. 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 Hehehe. 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 Salz. Salz. Jawohl. Schuss. Guck mal. Ich verstehe das nicht. Warum werden manche wie Menschen behandelt? Und andere wie Tiere? Unten gibt es jede Menge Orte, wo es ganz genauso abläuft. Wie bei Wounded Knee. Ja, wie bei Wounded Knee. Ah, da ist der Sting. Das Hemd. Okay, warte. Wir müssen an der ganzen Armin vorbei, um die Geräte zu kommen. Oh Mann, los. Mal kurz hier. Das ist zumindest schon mal weg. Das andere ist hier da unten. Leck. Ja, klar. 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 Wie da? Das ist jetzt in uns geht uns das für gut sein. So. Das dauert noch ein wenig. Da ist das Revitiererding natürlich jetzt besser. Da guck mal wieder kinder gear. Da guck mal wieder. Da guck mal wieder. Da guck mal wieder. Ich bräuchte hier Hilfe. Das dürfte schnell gehen. Fertig. Hm. Was ist das? Bokker. Ein Lockpick. Hier damit. Ah. Na dann. In Ordnung. Da. Der da. Aber klar. Petret. Aufgepasst. Du. 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 Das ist das. Was? Das ist der? Okay. Ja. Oh. Sehr schön. Ah. Der schrotzt ja auch durch. Danke euch. Oh mein Gott! Alles klar. Mach mal. Dieses olle Schloss. Ah, Karabiner. Tja. Das war's. Perfekt. Äh. Ah. Hm. Das verstinkt nochmal links weiter, ne? Gut. So, das ist der nächste Raum. Hm. Na, das soll doch. Hm. So, und die da? Hm. Danke euch. So, muss das. Nice. Maschinengewehr. Also, schonmal nice. Hm. Ist hier noch? Hm. Nicht viel, ne? Was ist denn hier? Es gibt den Job und es gibt das Leben. Ich werd dafür bezahlt, dass ich die Gottverdammten Vox hasse. Und ich nehme das Geld. Aber, was schadet's mit Fitzroy's Leuten einen zu heben? Ich muss aber einen zu viel erwischt haben. Ich hab nämlich den Schlüssel für die Beweismittelverwahrung an den Barkeeper verloren. Wenn das rauskommt. Ah. Wo ist denn das? Ach da. Sehr schön. Da sind sie, die Geräte. Jetzt müssen wir sie zur Vox schaffen. Dann kriegen wir unser Luftschiff. Ja. Sind ein paar. Lust ein Schloss aufzuknacken? Mal sehen. Erledigt. Ja, noch zehnmal mehr. Wem hilft es wirklich, wenn wir der Vox Populi Waffen besorgen? Es wird uns helfen. Daisy kann all das ändern, oder? Die Lage der Menschen hier verbessern. Klar. Ja. Ich hab Geld gefunden. Bedankt? Intro X Ach. Aber wir können das unmöglich alles zur Werkstatt schleppen. Mist, das haben wir natürlich nicht bedacht. Was ist das? Es sieht aus wie ein Riss. Zu einer anderen Version dieses Raums, ohne Geräte drin. Tja, wenn die Geräte nicht dort sind, dann müssen sie in der Werkstatt sein. Bokka, wenn wir diesen Riss betreten, ich glaube, dann gibt es kein Zurück. Willst du das wirklich tun? Mach. Tja, das hat er. Sehr schön. Also, abwechslung die Story. Mal wieder. Tja. Los, gehen wir wieder zu diesem Schmied und bringen's zu Ende. Ich möchte schnellstmöglich auf dieses Luftschiff und weg von hier. Bokka, wenn die Vox ihre Waffen hat, gibt es eine Revolution wie in Les Miserables. Dann haben die Menschen ein besseres Leben. Ja. Okay. 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 Ok. Man kann etwas ändern und wir können unseren Beitrag leisten. Ich will keinen Beitrag leisten. Sobald wir bei dem Luftschiff sind, sind wir hier weg. Ich will keinen Beitrag leisten. Ich sage euch, was wir sind. Sünde ich, wenn du den Haar aufnimmst und mit warmem Wasser aufnimmst. Sünde ich, wenn du 18 Stunden am Tag schummtest und deinen Kindern nicht erleben kannst. Sünde ich, dass Kostak in seinem Schloss entzut und ihn lassen, den Volk. Aber ich sage euch was, Wolder und Schwester, die durchsesselten. Oh. Meine Populiten. Ich gehe jetzt rein. Ich gehe jetzt hin. Ich bin ein Wohin. Ich gehe zu wenigstens, dass ich die Abkaufwärme unter hat. Ich gehe jetzt hin, keine Abkaufwärme. Ich gehe jetzt hin. Ich gehe jetzt hin. Wie ist denn, ich habe hier ein Wohin. Du bist dann immer ein Wohin. Hm habe hier nicht geholfen. Ich habe das fourth Szenario gemacht. Hey, 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 hey. Oh, please. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey.